Bittgebet während des Stehens auf den Hügeln Safa und Marwa. Als der Prophet Friede und Segen seien auf ihm, sich dem Hügel Safa nährte, rezitierte er gewiss, es Safa und Al-Marwa gehören zu den Zeichen Allahs. Ich beginne mit dem, womit Allah begonnen hat. So begann er mit Es-Safa und bestieg ihn, bis er das Haus sah, wandte sich in Richtung Qibla, sprach die Einzigkeit Allahs aus und las den Takbir dreimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar und dann sagte er Es gibt keine Gottheit außer Allah, dem Einzigen, der keinen Partner hat. Sein ist die Herrschaft und ihm gehört das Lob und er hat Macht über alle Dinge. Es gibt keine Gottheit außer Allah, dem Einzigen, der sein Versprechen wahrmacht. Er gewährt seinem Diener Erfolg und er allein besiegt die Gruppierungen des Feindes. Dazwischen sprach er Bittgebete und sagte dies alles dreimal. Es wird darin auch berichtet, er machte dies auf Al-Marwa genauso wie auf Es-Safa.